Freitag bei RTL 2. Start frei für noch mehr Speed. The Fast and the Furious. Tokyo Drift. Nervenkitzel ohne Ende. Kann ich eine Kopie davon haben? Die Droge heißt Geschwindigkeit. Und diese Jungs sind süchtig. Typisch Jungs. Alles was euch interessiert ist, wer den größten Motor hat. The Fast and the Furious. Tokyo Drift. Hochexplosiv. Und ohne Limits. Freitag um 20.15 Uhr bei RTL 2. Also Guevara.